Wir hatten hier einen Geflügelstallbrand. Wir haben jetzt im Moment winterliche Temperaturen. Und die Küken, die müssen, wenn die im Stall kommen, 36 Grad Stalltemperatur haben. Und somit muss der Stall natürlich von innen aufgeheizt werden, bevor die Tiere da reinkommen. Und da wird Stroh eingestreut, damit die Tiere einen warmen Untergrund haben, dass sie also nicht auf Betondecke sitzen. Und dieses Einstreuen und dieses Aufheizen des Stalles hat dann wohl zu Feuer geführt. Der Schaden, da wird also mit Sicherheit deutlich über 100.000 Euro liegen. Die gesamte Inneneinrichtung ist verbrannt. Das ist schon einiges, was da zusammenkommendiert. Ich denke, der Stall, da wird für einige Wochen oder Monate mit Sicherheit nicht benutzt werden können. Der Einsatzablauf hat eigentlich sehr gut geklappt. Die einzige größere Schwierigkeit, die wir hatten, das ist die Löschwasserversorgung. Und wir haben zur Löschwasserversorgung zwei Löschwasserleitungen aufgebaut mit einer Gesamtmenge von etwa 1,5 Kilometern. Eine Löschwasserversorgung kommt aus einem Hydranten. Und eine Löschwasserversorgung kommt drüben aus einem Teich. Ja, wir haben den ersten Angriff durchgeführt. Das war recht erfolgreich. Also ich denke mal, so nach etwa 45 Minuten hatten wir das Feuer so weit aus, dass wir mit dem Loof anfangen konnten, die Brandnester abzulöschen. Das war das Feuer ist. Untertitelung des ZDF, 2020